Edward Arthur Thompson war ein aus Irland stammender Althistoriker. Leben Thompsons Vorfahren waren ihre schottische Abstammung. Er studierte am Dubliner Trinity College, wo er auch von 1939 bis 1941 lehrte. 1941 wechselte er nach Swansea, 1945 nach London und 1948 an die Universität Nottingham, wo er bis zu seiner Emeritierung 1979 alte Geschichte lehrte. Thompsons Forschungsschwerpunkt war die Spätantike und hier vor allem die Geschichte der Völkerwanderung. Seine Arbeiten auf diesem Gebiet galten lange Zeit als grundlegend und sind teilweise heute noch von einiger Bedeutung. Thompson, der sich lange vor anderen angloamerikanischen Historikern mit der Spätantike befasste, verfasste unter anderem Arbeiten zu Amianus Marcel Linus Attila, den Goten in Gallien und Hispanien sowie zum Ende des Weströmischen Reichs. Thompson, der sich immer als politischer Mensch verstand, war seit den 1940er Jahren Marxist, trat aber 1956 aus Protest gegen den Einmarsch sowjetischer und verbündeter Truppen in Ungarn aus der kommunistischen Partei Großbritanniens aus. Die Theorie des historischen Materialismus beeinflusste seine Arbeiten etwa in dem Sinne, dass Thompson soziale und wirtschaftliche Aspekte stärker als andere Forscher berücksichtigte und gesellschaftlichen Veränderungen, etwa im Rahmen der Völkerwanderung, große Beachtung schenkte. Er war als erster Professor der Universität Nottingham seit 1964 Fellow der British Academy. Im selben Jahr heiratete er seine zweite Frau Hazel Kasten, mit der er eine Tochter hatte, von seiner ersten Frau, Thelme Phelps. Mit der er zwei Kinder hatte, war er 1958 geschieden worden. Thompson war auch Mitglied und Vorsitzender des Redaktionsausschusses der Nottingham Medieval Studies, für die er mehrere Artikel verfasste. Er arbeitete auch an der wichtigen Prosa-Apography of the Later Roman Appiel mit, für die er vor allem Artikel über germanische Persönlichkeiten schrieb, Schriften. The Historical Work of Amianus Marcellinus Cambridge University Press Cambridge 1947 A History of Attila and the Hunts Clarendon Press Oxford 1948 Sensenei Florence 1963 Revised als The Hunts Blackwell Oxford unter anderem 1996 ESPN 0631 158995 The Early Germans Clarendon Press Oxford 1965 The Gods in Spain Clarendon Press Oxford 1969 Romans and Barbarians The Decline of the Western Appier University of Wisconsin Press Madison WI 1982 ESPN 0-299 08700X Hoover St. Patrick Beudel Press Woodbridge 1985 ESPN 0-851115 428X 828X Einenца delight not bayer not bayer not bayer not bayer not bayer not over tikt EX ziet ha